noch mal kurz zum beschreiben die kupplung jetzt schlecht das gas ist vielleicht zu wenig eingestellt elektronik ist so ola las unter dem aussteig ausstellen ja bremsen geht das ist ein bisschen dreckig erst mal ja ich werde es dann ein bisschen anstarten sonst an laufen wie gesagt die kupplung die hängt ja hat funktioniert vielleicht ist ein stank aus eingestellt zur elektronik nehmen wir doch hat was auch hinten weiß ich nicht ob die blänke funktionieren schau mal tut sich nichts blänke kein hergericht das ist hat schon funktioniert aber ich verkaufe sie mir als defekt zu das tut auch und dann starten wir es noch einmal an machen wir durch dass man sieht wie schnell das geht und dann starten wir es noch mal kurz zum nächsten mal kurz zum nächsten mal kurz zum nächsten mal kurz Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020